Hallo Freunde! Wir haben euch schon ganz oft irgendwelche Sprüche vorgestellt. Seien es typische Lehrersprüche, seien es typische Frauensprüche und heute sind typische Männersprüche dran. Viel Spaß mit so manchen typischen Männersprüchen. Los geht's! Ich bin anders als die anderen. Bruder, Alter, gib dir mal den Arsch, Alter. Das ist ein Typ. Wie? Ich? Ich soll mit einer anderen schreiben? Nee, wie kommst du darauf? Du bist und bleibst die Einzige für mich. Hast du schon wieder deine Tage oder was? Schatz, vertrau mir. Ich schwöre dir, es war keine Pornoseite. Schatz, du sitzt auf meinen Eiern. Die Frau muss auch mal den ersten Schritt wagen, nicht immer nur die Männer. Du wirst für immer die Einzige bleiben. Wow, du hast wunderschöne Schuhe. Und wir ficken? Ich bin nicht fremdgegangen, ich hab nur mehrere ausprobiert, um zu gucken, ob du die echte bist. Frauen gehören in die Küche. Ich schock jetzt noch eine Runde, danach bin ich fertig. Versprochen. Okay, ich geb's zu. Du bist fett. Ich war betrunken und kann nix dafür. Ja, chill, ich mach das später. Da kümmere ich mich doch drum. Was für Handwerker, ich bin der Handwerker hier im Haus. Ich krieg das hin. Ficken. Gute, Alter, so eine Bitch, Alter. Zack, 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 an der Dies. Scheiße. So ein Loch, Alter, so ein Loch. Boah. Boah. Sportfreunde. Männer? Gute, wie? Ich glaube, wir müssen mal einen Kasten holen, können wir uns ein paar Bierchen gönnen. Glaubst du, die gewinnen heute im Fußball? No. No. Ich hab meiner Frau schon gesagt, die soll heute gar nicht erst nach Hause kommen, denn heute ist Männerabend. Heute gucken wir schön gediegenen Fußball. Wenn meine Alte kommt, dann kannst du zumindest noch ein Bier holen, ja? Oder mir währenddessen ein Blasen. Weißt du was, ich brauche einfach nur einen Hackbraten, ein bisschen Fußball und Bier und das war's. Und ein Heimsieg. Freunde, schreibt mal eure Männer- oder Jungsprüche in die Kommentare. Vergesst auf jeden Fall auch nicht zu abonnieren, wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf eure Kommentare und wir möchten noch was auflösen. Und zwar haben wir vor zwei oder drei Wochen ein Video gemacht, wo wir verschiedene Mythen über Heiko erzählt haben. Naja, und die Auflösung dessen ist einfach, dass ich sozusagen, als ich glaube, vier oder fünf war, auf den Schulspielplatz gekackt habe. Ich sag dazu mal nichts, das bleibt einfach mal so stehen. Da geht's jetzt zum letzten Mittwochs-Video irgendwo. Wir sehen uns wieder am Samstag, Freunde, mit einem neuen Video. Bis dahin. Ciao.